So, willkommen zum Teil 2 des FAQ-Videos und wie ich gesehen habe, hängt mein Briefkasten noch. Um ehrlich zu sein, ich war natürlich gar nicht unten, ich habe auf Pause gemacht und jetzt einfach weiter gedrückt. Weiter geht es mit Risiko. Was findest du an Pokémon GO interessant? Das ist ja ungefähr dasselbe, wie wir unten schon gelesen haben. Wie gesagt, ich finde es cool, die Umgebung zu erforschen. Ich finde es cool, dass man bestimmte Sachen machen kann, Aufgaben kriegt, wie eine kleine Schnitzeljagd. Wenn meine Mom da ist, sage ich auch immer, da hinten geht ein Raid auf. Wir verbinden das immer gleich mit einem Spaziergang. Wir machen immer hier und da. Du kommst mit anderen Leuten in Kontakt. Das kannst du auch ohne das. Dann als nächstes Tom Hansen. Wenn Natururin und Flatti deine Kinder wären. Das war der schönste Tag. Wem von beiden würdest du mehr Taschengeld geben? Da ist auch wieder eine Antwort dabei. Bis jetzt definitiv die beste Frage. Blend mal wieder aus und das Pikachu holen wir rein. Wenn Natururin und Flatti meine Kinder wären. Ich möchte ja nicht, dass die Kinder untereinander Streit haben. Deswegen wird eigentlich keiner bevorzugt oder benachteiligt. Jetzt ist das Ding, wie alt sind denn die Kinder? Sind die gleich alt? Kam einer eher, kam einer anders. Vielleicht bin ich auch so genial und so dreist, dass ich sage, die kriegen ihres Alters entsprechend Geld. Und zwar immer, so alt wie die sind, so viel Geld kriegen die. Sprich, mit 14 kriegst du halt 14 Euro im Monat. Wenn du 100 bist, kriegst du 100 Euro im Monat. Aber so alt wirst du nicht. Gute Sache. Nein, aber kommt drauf an. Wenn der Natururin 5 ist und Flatti ist 7, dann kriegt der halt 5 und der kriegt halt 7. Ich muss nur noch gucken, wie meine Finanzen sind, ob ich mir das im Monat oder sogar in der Woche leisten kann. Und wenn der eine dann auch 7 ist, dann kriegt er auch endlich 7 Euro. Und dann sage ich, siehst du, dein großer Bruder, der Flatti, der hat auch 7 gekriegt in deinem Alter. Das ist also, wer ist so alt wie er, dann kriegst du so alt wie er, so viel wie er, keine Ahnung. Vielleicht sage ich auch, ihr kriegt gar kein Taschengeld, ja. Ihr könnt froh sein, dass ihr meine Kinder seid, ihr kleinen, huseligen. Beziehungsweise, ihr kriegt Taschengeld von euren eigenen Kanälen, weil ich meine Kinder dazu züchtige, ihre eigenen Kanäle aufzubauen. Leon ade, welches Shiny findest du ist das Schönste? Hui, Hubert Heger verfolgt mich jetzt. Danke für das Abo, auch wenn ich gerade nicht live bin und er das nicht mitkriegt. Trotzdem, da ist ein Pikachu über dem Pikachu. Welches Shiny findest du ist das Schönste? Ähm, da gibt es sicherlich viele. Auf Anhieb, was mir direkt in den Kopf schießt, ist zum Beispiel Voltoball. Weil ich es richtig cool find, Voltoball, einfach nur ein Progeball. Und statt dem Rot dann einfach Blau. Und du hast diesen blauen Progeball, der da rumfliegt und guckt. Also ich find, das ist simpel, aber irgendwie genial. Ich feier Voltoball auf jeden Fall. Ähm, Lukas Pedersen, wie alt bist du? 32. Bin im Juli, am 16. Juli 32 geworden. Ach, Sienpang wieder 32, der alte Snitcher, ne? So, Pokémon Pli. Warum hast du mit YouTube angefangen? Das weiß ich selber eigentlich nicht. Beziehungsweise weiß ich's doch. Ich bin damals ja immer unterwegs gewesen mit meiner Ex und mit dem Herrn Shigaria. Und wir haben immer exzessiv Pokémon gesuchtet. Wir waren auf jeder Safari-Zone. Wir waren überall. Wir sind zu irgendwelchen Purchases nach München gefahren. Wir haben immer gezockt. Immer zu dritt. Bis die zwei sich dann näher gekommen sind. Hin da rücks. Es dieses Trio nicht mehr gab. Ich abserviert wurde. Alleine da stand. Und ich einfach wirklich den ganzen Tag nur noch da gehangen hab. Und für mich einfach, weiß ich nicht. Ich war einfach komplett, komplett down. Es war mir einfach alles zu viel. Alles zu dumm. Auch Pokémon hat keinen Spaß mehr gemacht irgendwie. Weil ich auf gar nichts mehr Lust hatte. Und Isbo hat dann irgendwann gefragt. Oder gesagt. Hey Ramses, mach doch auch mal Videos darüber. Guck doch mal. Du spielst eh jeden Tag. Nehm doch einfach eine Kamera mit. Und mach doch einfach mal ein Video. Als er dann hier war im Urlaub, haben wir das getestet. Mit einem Screen-Recorder einfach nur einen, äh... Ein Video von einem Flunkiefer-Raid. Einfach so. Nur mit Bildschirmaufnahme. Ohne Kamera dazu. Haben das dann mal hochgeladen. Aus Spaß. Ich hab gemerkt. Gut. Das sieht kacke aus. Machst du anders. Fuchst dich ein bisschen rein. Machst mal ein richtiges Video. Hab gesagt. Sag, da mach ich jetzt hier einen Kanal, wo ich halt Sachen über mich direkt zeig. Ich wollte irgendwann, ich wollte nicht mehr der kleine traurige Junge sein, der zu Hause sitzt und heult und seiner Ex nachtrauert. Ich wollte jemand sein, der bewundert wird vielleicht von den Leuten für sein... für seine tolle Art und Weise, dass er... dass er gute Laune verbreitet im Internet, dass er für Leute da sein kann, dass er auf Fragen eingeht, dass er sehr Community-nah ist, äh... weil ihm Menschen doch auch was bedeuten und wichtig sind. Und... Irgendwie ist der Haupt-Content trotzdem dann Pokémon Go gewesen, weil ich einfach dadurch auch wieder viel Lust hatte, Pokémon Go zu spielen. Und gezockt hab, jeden Tag. Es ist also aus einer traurigen Situation heraus entstanden, aber war das Beste, was... was mir passieren konnte. Ich mein, damals immer alle... Psychologen, Therapeuten, Tabletten hier, Tabletten da. Das bringt alles nichts. Was mir was gebracht hat, äh... war Pupsi, die mich auf jeden Fall etwas aufgepäppelt hat. Aber wenn sie nicht da war, ging's mir immer noch komisch. Aber dann hatte ich meinen Kanal. Und plötzlich war dieses... rumsitzen und nichts tun und schmollen weg. Weil auf einmal hatte ich was zu tun und ich hatte viel zu tun. Jeden Tag da was machen, jeden Tag andere Videos auch noch. Dann noch diese Reviews, diese Ramses Kitchen Sachen. Oder persönliche Videos. Wer hat mich wieder mal angezeigt? Real Talk Stories. Mich einfach der Welt mitteilen. Nicht mehr alles in mich reinfressen, sondern alles rauslassen. Und das war dann der Anfang. Ich hab zwar vorher schon Musikvideos auf YouTube immer hochgeladen, auf meinem anderen Kanal, aber... dazu hatte ich dann keinen Kopf mehr. Aber jetzt hab ich so einen Kopf gehabt, dass alles, was in meinem Kopf ist, ich rauslass. Risiko. Wo würdest du am besten in Pokémon spielen? Am liebsten? Am besten? Ich würde natürlich gerne mal... Ach man, jetzt hab ich da... Ich würde natürlich gerne mal nach Budapest auf die Margareteninsel und mir das mal live vor Ort angucken, wie es dazu geht. Das wäre so ein Traum, mal nach Budapest zu reisen, für ein Special und live von der Margareteninsel zu berichten, was da abgeht. Knexti sagt, frag... Ramses, kann ich eine 15 Euro Google Play und kann ich Adi haben? Am besten... Ja klar, kannst du eine 15 Euro Google Play. Steht ja nicht da, dass ich dir die kaufen soll oder besorgen soll. Geh einfach mal in die nächste Tankstelle oder in den nächsten Supermarkt, da kriegst du die überall. Da kannst du die auf jeden Fall haben, ne? Und Adi kannst du nicht haben, weil sonst bin ich ja wieder alleine und ich kenn dich nicht. Ich weiß nicht, ob du gut für ihn bist. Hier stehen auch wieder Antworten. Adi bekommt keiner, unser Baby bleibt bei uns. Du kannst 0,0,0 haben und Adi ist quasi der Zwilling meiner Katze, also nein. Ja, der CM, ne? Der tut immer meine Zuschauer hier so, aber okay. In dem Moment, du kannst 0,0,0 haben. Sani, glaubst du, dass es eine negative Auswirkung auf die Beziehung von dir und deiner Freundin haben könnte, wenn du mit ihr eine Rubrik, er sagt, sie sagt, machst. Ich verstehe die Frage einfach nicht. Er sagt, sie sagt. Ich habe zu ihr, als sie damals das geschrieben hat, wo ich gesagt habe, hä, was willst du denn von mir? Er sagt, sie sagt. Soll das so ein Spiel sein, wie er sagt einen ganzen Tag lang, was ich machen muss und sie sagt einen ganzen Tag lang, was er machen muss? Sie sagt, nein, es geht um bestimmte Themen, wenn du über bestimmte Themen redest und du hast eine komplett andere Auffassung als ich. Jetzt sagt sie, wenn ich eine Rubrik darüber mache, warum sollte es meiner Beziehung schaden, wenn sie ins Internet reden möchte mit mir zusammen, wir uns ein Thema rauswühlen und beide ihren Standpunkt dazu verdrehen und wir live vor der Kamera streiten. Im Endeffekt belustigt es doch nur die Zuschauer. Warum schadet es meiner Beziehung, wenn sie das selber möchte, wenn sie das selber vorschlägt? Es würde meiner Beziehung schaden, wenn ich eine Kamera installiere und heimlich filme, wie wir streiten und das hochlade ohne ihr Wissen. Dann würde es vielleicht negativ sein, aber wenn sie das vorschlägt und das so machen will, glaube ich nicht. Rainer K., wann glaubst du, wird der Zeitpunkt sein, dass du mit Pokémon Go aufhörst? Ich glaube nicht, dass ich einfach damit aufhören würde. Ich glaube, entweder müssten mir beide Hände abfallen, dass ich damit aufhören muss. Oder der Server ist irgendwann tot und der Yantik explodiert, dass man nicht mehr spielen kann. Aber ich sehe kein... Ich sehe das nicht, dass das aufhört momentan. Also ich bin auf jeden Fall... Ich bin auf jeden Fall gut dabei. Tom Hansen, was bedeuten dir deine Tattoos? Welche Tattoos kommen noch? Momentan... Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich eh voll. Ich weiß nicht, wo noch was hin soll. Die Arme sind komplett bedeckt. Der Rücken ist zu... Auf den... Gut, mein rechtes Bein ist mehr als das linke Bein. Am linken Bein könnte man noch was machen, dass das noch ein bisschen bedeckter ist. Da wüsste ich aber gerade nicht was. Man will ja nicht einfach irgendwas machen. Das soll ja alles irgendwo zusammenpassen vielleicht. Was bedeuten dir deine Tattoos? Ganz kurz gesagt, viele Sachen sind Andenken an verstorbene Personen, die mir wichtig waren. Oder... Ja, die mich inspiriert haben. Andere Sachen sind wieder Erinnerungen an ABC. Dann irgendwelche Dinge, die mit meinem Label zu tun hatten, mit meiner Musik. Generell mit meinem Leben. Irgendwas. Es sind also viele Sachen, zu denen ich eigentlich einen Bezug habe. Ich sollte ja eh ein Video machen, was für Tattoos ich alle habe und was die bedeuten. Das kann ich natürlich auch noch machen. Deswegen werde ich jetzt nicht ausführlicher weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall haben viele eine Bedeutung. Es sind ja auch viele Daten dabei. Es sind Personen zu sehen. Es sind kleine Inspirationen, wenn ich nur hier sehe, am Handgelenk. Hier dieses AIDS, alles ist die Sekte. Wer das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Welche Hobbys hast du noch neben Pokémon Go und Sender Klaus tötende Musik? Hobbys? Ich gehe gerne ins Kino, sammle gerne Filme, esse gerne, experimentiere gerne viel. Musik zählt auch dazu, genau. Ansonsten Freunde treffen. Ich spiele gerne Volleyball, wenn du es so nennen willst. Spiele ich gerne Volleyball, aber spiele mal alleine Volleyball. Tischtennis finde ich auch richtig genial. Als ich in der Klinik damals war, habe ich den ganzen Tag Tischtennis gespielt. Da habe ich dann auch in drei Monaten 15 Kilo abgenommen, weil ich den ganzen Tag wie ein blöder Chinesisch um die Platte rumgerannt bin. Bester Film mit und ohne Nicolas Cage. Bester Film mit Nicolas Cage? Ich würde ja sagen Con Air, aber das sieht ja so hässlich aus. Das sieht ja eigentlich immer hässlich aus, aber trotzdem. Nehmen wir mal Face Off im Körper des Feindes, weil da spielt ja auch das John Trapolster mit. Deswegen Bester Film mit Nicolas Cage. Die ist natürlich schon alt, die neueren Filme kenne ich gar nicht alle. Und Bester Film ohne Nicolas Cage? Adams Äpfel. Wer den kennt? Bester Film ohne Nicolas Cage. Kennst du auf YouTube Youth Wars? Herr Fuckbaum, die Kneibenterroristen? Sind das jetzt drei verschiedene Sachen? Sagt mir nämlich alles nichts. Weder Youth Wars, weder Herr Fuckbaum, noch die Kneibenterroristen. Hast du ein Lebensmotto? Man lebt nur einmal. So. Würdest du lieber bis an dein Lebensende nur noch Surströming essen? Oder Sports Aquarius trinken? Dadurch, dass ich finde, dass der Surströming schlimmer ist als Sports Aquarius, weil beim Surströming muss ich kotzen. Bei dem Aquarius kriege ich nur Durchfall, aber Durchfall habe ich eh meistens, weil ich auch immer so scharf esse. So kombiniert sich also der Durchfall vom Aquarius mit dem Durchfall vom vom Scharf essen. Und das Aquarius, das trinkst du, okay, aber kannst ja essen, was du willst. Ich glaube, wenn du Surströming frisst, was ja sowieso eigentlich fast nur aus Kriiden besteht oder nur aus Bam, ist auch günstiger, Aquarius zu trinken, als Surströming zu essen. Also auf jeden Fall Aquarius. Wie findest du den Pokémon Go-Opa mit seinen 78 Handys am Fahrrad? Also ich finde es cool, wenn man einmal davon berichtet oder das einmal so macht als Aktion. Aber generell ist das in meinen Augen einfach total sinnlos und unnötig. Mal ehrlich. Ich bin mit sechs Handys unterwegs, wenn ich jetzt einen Raiderleine mache. Ich kann mit meinen sechs Handys aktiv spielen. Ich bediene die ja immer. Zwei Finger auf den zwei, zwei Finger auf den zwei und mit dem Daumen drücke ich hier unten noch das dritte. So kann ich mit sechs Fingern sechs Handys bedienen. Ich kann effektiv kämpfen. Ich fange die dann. Ich gehe weiter. Zack. Er mit seinen Handys. Wenn da 68 Handys hängen. Du siehst ja, er drückt hier unten auf zwei rum und der Rest, das ist alles vielleicht in der Lobby. Die machen aber alle nichts. Das ist in dem Sinne nicht effektiv und eigentlich sinnlos. Ich meine gut, wenn er Shinies jagt aus einem Einer Raid und er geht überall rein und einer bekämpft das und bei allen anderen sieht er, da ist ein Shiny drauf, da nicht, da ist ein Shiny drauf, da nicht. Dann kann er sich das rüber tauschen. Ist ja okay, aber ich glaube, dafür braucht man nicht 68 Handys, da würden trotzdem sechs Stück reichen, weil das auch schon effektiv ist. Jeden Tag täglicher Pass, nach einem Monat hast du bestimmt mindestens einen Shiny. Aber dass man nicht effektiv spielen kann, er vor allem nicht mal was sieht mit seinem Fahrrad, das einfach nur zur Auffälligkeit ist, aber nicht, um das wirklich leidenschaftlich zu spielen, weil jedes Mal überall noch Geschenke machen abends, den Beutel aussortieren, sonst was. Funktioniert alles, glaube ich, nicht so. Deswegen ist cool, wenn man das einmal sieht, aber eigentlich ist es Quatsch. Boah, du hast ja richtig viel geschrieben. Wenn Ditto jemals als Shiny erscheint, dann löschen wir unsere Accounts. Deal? No Deal? Warum? Ich will das doch fangen. Wenn es als Shiny erscheint und ich lösche meinen Account, dann kann ich es ja nicht fangen. Ich will das doch aber fangen. Wie wichtig ist dir Geld? Also, in dem Sinne müsste man sagen, dass mir Geld nicht wichtig ist. Denn jeder sagt ja, hey Digga, du hast doch Werkzeugmechaniker gelernt, bewerb dich doch wieder als Werkzeugmechaniker, geh dahin, was dich kaputt gemacht hat, ist doch scheißegal, ob dich das kaputt gemacht hat, weil dort kriegst du doch das meiste Geld. Und wenn es mir nur ums Geld gehen würde, würde ich das machen, weil ich dann am meisten davon habe. Aber mir geht es nicht ums Geld. Deswegen, ich habe zwischendurch auch einfach mal Klos geputzt, einmal die Woche, einfach um mir ein bisschen was dazu zu verdienen, damit ich nicht ganz so auf der Kippe hänge. War für mich okay. Ich habe nicht viele Ausgaben, ich muss nicht immer das teuerste, neueste Handy haben, ich muss nicht das teuerste, neueste Auto haben, ich muss nicht 20 Mal im Jahr ins Ausland fliegen und Urlaub machen. Ich bin eigentlich ein recht bescheidener Mensch, würde ich sagen. Ich komme mit wenig zurecht, auch was Essen und Trinken angeht. Auch wenn man das nicht glaubt, durch die Ramses Kitchen Videos. Deswegen würde ich sagen, Geld ist mir an sich nicht so wichtig. Mir sind andere Sachen wichtig. Wenn ich entscheiden könnte, ob ich bei meiner Familie bin und Zeit mit denen verbringe und dafür weniger Geld habe oder ob ich wirklich 24 Stunden in meinem Job versinke und nur noch Job, 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 Arbeit, Geld, Geld, Geld und dafür kaum Freizeit habe und kaum die Leute sehe, die mir wichtig sind, dann würde ich auf jeden Fall weniger Geld nehmen und dafür mehr Zeit mit Familie und mit Freunden. Musstest du fürs Amt auch so einen bescheuerten Kurs machen, in dem die Hälfte der Leute keinen Computer einschalten können? Musste ich schon oft. Ich glaube, ich habe schon jeden Kurs gemacht, den es gab. Ich war beim HBZ, ich war beim BSI, ich war beim PNT, ich war bei Seminare und ach nee, P und S auch noch. Praxis und Seminare. Also du bist überall hin, überall dort und hast Zeit abgesessen. Und es ist wirklich, ja, es ist wirklich schlimm. Du sitzt einfach da und das war's. Das Lustige ist, ich habe auch ein Musikvideo gemacht, gerade über so eine Maßnahme, die man machen musste. Wenn ihr da bei YouTube eingebt, MC Ramses wieder mal, da kommt hier dieses Lied, MC Ramses wieder mal und das ist ein Track über die Zeit in der Maßnahme. Das ist auf jeden Fall cool. Könnt ihr euch mal geben, wenn ihr Bock habt. Wer den Track gehört hat, könnt uns mal reinschreiben. Da habe ich genau über sowas gerappt. Wenn man da rumsitzt und nur abstumpft und wenn jeder macht, was er will und bla, habe ich den Max Schattlack kennengelernt. Grüße gehen raus. Der hat mir den Beat damals gezeigt. Ich habe dann einfach ein Lied gemacht über die Zeit, wo wir dort waren. Habe das dann in der Maßnahme den anderen gezeigt. Die fanden das alle mega dope. An der Raststätte Bivi oder Schokoriegel. Natürlich Bivi, weil ich ja immer gesagt habe, ich bin nicht der süße Typ. Ich bin der herzhafte Typ. Also Schokoriegel würde ich verschmähen, wenn es dafür was was Wurstiges gibt oder eben was 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 Herzhaftes. Rum oder Gin. Das gibt sich nicht viel, glaube ich. Ich sage mal, wenn mir jemand anbietet einen Rum oder einen Gin, dann würde ich einen Gin nehmen, weil das klingt irgendwie edler. An sich brennt mir beides im Rachen und macht besoffen und beides wird reingeschüttet, deswegen einfach Gin. Zelten oder Luxusurlaub? Kommt drauf an. Mit Pupsi wäre Luxusurlaub wohl besser für Sie. Mit Iswo wäre Zelten völlig okay und würde ausreichen. Mit Natururin auch Zelten. Also ich brauche nicht unbedingt Luxusurlaub. Ich würde auch einfach mich irgendwo in die Ecke hauen und das war's. Also Zelten passt schon. Habe ich mit dem Iswo im Sommer ja auch gemacht, als er da war. Wir haben die ganze Woche immer bei meiner Mutter im Garten hinten gelegen oder als ich bei ihm war auch rumgelegen und irgendwas. Was ist deine früheste Erinnerung? Ähm meine früheste Erinnerung vielleicht, dass meine Mama mich immer in die zur Kindergrippe gebracht hat und mich der Frau überreicht hat und ich geschrien habe wie am Spieß und nicht wollte. Meine Mama gesagt hat, es tut dir so leid und sie muss jetzt auf Arbeit und sie muss mich hier hinbringen und die Erzieherin mich mit reingenommen hat und hat mich einfach permanent angeschrien und ist voll aggressiv und laut geworden, dass ich meine Fresse halten soll. Nur weil ich ein kleines Balk war, was die ganze Zeit geheult hat und Angst hatte, weil es nicht wusste, was los ist, aber so waren bestimmt viele, oder? Wurdet ihr in die Kindergrippe gebracht, wo ihr nicht wusstet, was los ist und einfach nur so, okay, cool. Viele sagen doch dann, äh, und das war es also. Das ist auf jeden Fall, sowas hat sich eingebrannt. Mit wem würdest du am liebsten ein Gespräch führen, egal ob noch lebend oder nicht, egal ob berühmt oder Familie, Freunde? Also es gibt viele, mit denen ich gerne ein Gespräch führen würde, um einfach vieles nachzufragen, warum? Aber eigentlich auf der anderen Seite möchte man sich mit den Leuten auch nicht mehr abgeben und deswegen verzichtet man lieber auf die Frage, warum? Mit wem ich sonst ein Gespräch führen würde, wollen würde? Hm. Ist gute Frage, schwere Frage. Ähm. Bei Promis brauche ich eigentlich nichts. Ich brauche keine Promis, ich brauche keine Familie, Freunde, Freunde. gut, wenn du auf Freunde eingehst, mein, äh, mein verstorbener Kumpel, der Marc, der mit 19 aus dem Leben gegangen ist, mit ihm würde ich gerne nochmal reden oder mit ihm, äh, wenn ich ein Gespräch führen könnte, dann wahrscheinlich einfach mit ihm und wirklich zu wissen, was passiert ist, was los war, wie es dazu kam, ob er das sagen kann, wie es ihm ging und weiß ich nicht. Es ist für mich immer noch vieles ungeklärt, man munkelt, die einen sagen so, die anderen so, mit ihm, also reden, mit ihm nochmal, das wäre wahrscheinlich, äh, ja, sehr bereichernd und auch, dass man auch, äh, besser damit abschließen kann, mal von einem Tag auf dem anderen, derjenige ist weg und du, du siehst ihn wieder, viele offene Fragen. Dann geht's weiter aber mit, wie definierst du glücklich sein? Glücklich sein, weiß ich nicht, wenn mich immer jemand fragt, bist du glücklich, sag ich immer, weiß ich nicht, woran merke ich das, aber glücklich sein ist ja wirklich einfach ein Gefühl. Manchmal fühlt man sich glücklich, merkt aber gar nicht, dass man gerade glücklich ist, deswegen, glücklich sein, das sind schon kleine Dinge. Wenn ich mir was bestelle, das kommt an, ich packe das aus, ich bin glücklich einfach in dem Moment, das ist voll toll oder wenn ich so ein Fanpaket bekomme, bin ich jedes Mal glücklich. Wenn ich eine Spende bekomme, ich bin jedes Mal glücklich. Wenn ich eine neue Folge hochlade und gucke abends und sehe, oh Mensch, die Aufrufe, die gehen durch die Decke, ich bin glücklich, weil ich das immer irgendwie mit Erfolg gleich ziehe, ich denke dann, ich habe Erfolg, ich komme gut an, die Leute mögen mich, das macht mich glücklich, irgendwie dann. Bester deutscher Hip-Hop aktuell, boah, Bester deutscher Hip-Hop, ich höre ja momentan sowieso eigentlich gar nichts, das ist ja das Problem. Bester deutscher Hip-Hop, was zählt denn zu Hip-Hop dazu? Zählt auch Young Hun zu Hip-Hop? Bei dem habe ich auf jeden Fall häufig gechillt auf seine Musik, auch öfters da gesessen und geheult, wenn es mir richtig dreckig ging und ich seins gehört habe, weil ich einfach mich gefangen gefühlt habe und mich befreien wollte. Bester deutscher Hip-Hop aktuell, Young Hun, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch aktuell ist, aber egal. Kannst du mit Klassikern wie Bambule, Blauer Samt und so weiter etwas anfangen? Bambule, also Blauer Samt sagt mir gar nichts, aber Bambule kenne ich im Zusammenhang mit den Fantastischen Vieren, oder? Das war alles irgendwie vor meiner Zeit, da habe ich noch gar nichts gemacht, noch gar nichts großartig gehört und so, oder hatte ich noch keine Ohren. Was magst du an dir selbst nicht? Ganz ehrlich, meine Brüste. Ich sehe das immer bei vielen Leuten, die dick und übergewichtig sind, die haben einfach eine flache Brust und dann so ein riesen Fettbauch dran. Und bei mir, ich habe halt oben einfach schon zwei dicke, fette Royal Hamburger, wo ich mir denke, toll, da sind die Nippel nicht mal klein und süß, die sind auch einfach wie Teller und das war's und dann denkst du dir, leck mich doch am Arsch. Das sieht richtig aus wie eine Frauenbrust. Und selbst Frauenbrüste sehen auch anders aus, die haben wenigstens Nippel. Ich halt nicht. Ich bestehe halt nur aus Brust, ohne Nippel. Und das finde ich, das nervt mich ein bisschen, dieser Frauenbusen, wenn immer alle fragen, ey Digga, was hast du denn eigentlich für einen BH mittlerweile? Sonst an sich, weiß ich nicht. Sonst bin ich relativ zufrieden, sagen wir es mal so. Sind Katzen die besseren Menschen? Ist die Abschlussfrage. Und ich sehe, wir sind auch schon über die 20, das ist also wirklich die Abschlussfrage. Katzen sind, ich würde nicht sagen, die besseren Menschen, weil die Katzen haben auch ihre Launen, die sind, kannst du schlecht einschätzen, mal so, mal so, sind unberechenbar. Das sind auf jeden Fall keine guten Menschen, die so unberechenbar sind. Aber Katzen sind auf jeden Fall liebenswerte Wesen. Auch wenn die Mist bauen, du kannst sie nicht böse sein. Das war es vom zweiten Teil. Danke an Tom Hansen für diese ausführlichen, äh, nein, für die vielen Fragen. Danke an mich für die ausführlichen Antworten. Wir sehen uns beim dritten Teil wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.